So, jetzt haben wir ein bisschen Stumpf-Burgen vorhin ein ganz besonderes Längerwissen. Das war einer unserer... ...Kindergarten aus der Schweiz, aber schön zu hören. Aus Chemies der Schweiz. Schon viele, viele Jahre haben diese Truppe... ... und dann die Flügel. ... und dann die Flügel... ... und dann hat die Flügel... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020